Hallo Grüß euch, ich bin der Patrick, ich bin aus Absam und bin jetzt mittlerweile seit November da im Romedewirt. Also das war eine Ausschreibung von der Gemeinde Dauer. Im Facebook habe ich das gesehen und da habe ich mir noch ganz einmal zwei dreimal die Location angeschaut, wo ich auch oben und habe einfach das Platz als wahnsinnig Schirm gefunden und habe mir gedacht, ich bewirb mir mal. Es waren relativ viele, was sich beworben haben und habe mir eigentlich die Chance nicht ausgerechnet, dass ich es bekomme. Und dann bei der Vorstellung darauf habe ich noch den Bescheid gekriegt, dass ich es durchkriege und das war eigentlich, sage ich für mich, wie ein neuer Anfang. Und ja, seitdem bin ich da eigentlich. Ja, gestalten, es war eigentlich relativ alles da, also die Basis war da. Die Gemeinde hat auch relativ noch viel dazu beitragen, dass der Erstbestand vom Inventar da bleibt. Und das war für mich in der schwierigen Situation in Corona relativ super, muss ich jetzt ehrlich sagen, dass ich da eher den Kosten gespart habe. Also wir haben, wie gesagt, vom Umfang vom Brunch über Themenabende, wir haben Steakabend, wir haben Grillabend, wir haben wahnsinnig schöne Terrassen, wo wir relativ viel machen können und dadurch, sage ich, zeichnet sich das echt wunderbar aus. Also wie gesagt, wir haben für alle was dabei, für Jung, für Alt. Wir schauen einfach, dass wir alles abdecken und dass jeder glücklich ist und zufrieden nach Hause geht. Also wie gesagt, wir sind jetzt gerade dabei und machen eben oben die Märchenwiese, die vielleicht schon einige kennen, da sind wir jetzt gerade dabei und die sollten wir jetzt bald fertigstellen und werden uns da in Zukunft viel Mühe geben, dass wir da relativ Veranstaltungen wie Kinoabende, eben Fußball, EM und so weiter alles, wie gesagt, irgendwie auslegen können, dass für jeden wieder, wie gesagt, was dabei ist. Ja, also wir haben immer von Dienstag bis Sonntag durchgehend geöffnet. Wir haben die Küche auch durchgehend offen, von 9 Uhr weg haben wir den Brunch und würden uns freuen, wenn ihr uns besuchen würdet. Und ja, wir sehen uns. Danke!